Gut, dann einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin Nana und das ist Benjamin. Und wir wollen euch heute was über KI erzählen. Einmal vorab, wir werden am Ende nochmal die Chance für Fragen geben. Da könnt ihr gerne nach Belieben irgendwelche Sachen einbringen. Wenn es konkrete Rückfragen zu irgendwas gibt, was wir sagen, könnt ihr das gerne auch schon währenddessen tun. Wenn das mehr so Big Picture Fragen sind, wäre das am Ende schön, damit wir irgendwie mit der Zeit hinkommen. Grundsätzlich seht ihr da auch Kontaktadressen, hauptsächlich Twitter-Händel. Und wenn irgendwas ist, könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Sehr gerne. Gut, Entschuldigung schon mal für die schlechten Wortspiele. Das kann ich nicht anders. Bevor wir euch was erzählen können über KI, geht es erstmal darum, müssen wir uns hier alle im Raum ein bisschen auf den gleichen Stand bringen. Und zu überlegen, was ist KI, was bedeutet KI. Beziehungsweise in dem Fall beschäftigen wir uns vor allem mit maschinellem Lernen, Deep Learning. Ich werde euch mal ganz kurz erklären, was das ist. Für alle Leute, die es noch nicht wissen, für den Rest kleine Auffrische. Gut, die Grundidee ist im Gegensatz zur klassischen Programmierung, wo ich weiß, okay, ich habe meine Daten, ich habe ein Programm und dann gucke ich, was am Ende rauskommt. Oder ich schreibe das Programm so, dass das rauskommt, was ich haben will. Habe ich hier den Fall, ich habe Daten, und zwar Eingabedaten und Ausgabedaten, weiß aber nicht, was dazwischen steckt. Ich kenne kein echtes Programm davon. Und das versuche ich jetzt zu lernen aus den Daten, die ich vorliegen habe. Und damit, muss ich mal klicken. Okay, das war dasselbe. Genau. Fangen wir mal jetzt hinten an, nämlich was wollen wir damit eigentlich erreichen, was für Ausgaben haben wir. Da kann es zum Beispiel sein, im einfachsten Fall wollen wir einfach eine binäre Entscheidung treffen, eine Klassifikationsaufgabe. Wir haben also irgendwelche Eingabedaten und wollen dann irgendwie entscheiden, ist was wahr, ist was falsch. Zum Beispiel ist auf dem Foto, was ich hier gerade habe, ein Stachschwein. Nächste Stufe, ein bisschen komplizierter ist, ich will vielleicht numerische Werte vorhersagen. Zum Beispiel Sicherheiten, mit denen ich jetzt bestimmte Entscheidungen treffe. Oder auch, wenn wir jetzt klassischer Fall, wo man schon am meisten vermutlich macht mit, man nimmt Daten und guckt, was am Ende rauskommt und versucht, daraus was vorherzusagen, ist die Wettervorhersage. Ich gucke mir an, welche Fälle gab es früher, wie war das Wetter in ähnlichen Situationen, wie warm wurde es dann zum Beispiel am nächsten Tag und dann gebe, sage ich, das voraus. Man kann aber noch viel mehr machen mit maschinellem Lernen. Man kann zum Beispiel ganze Texte generieren. Es gibt da zum Beispiel dieses Harry-Potter-Kapitel, das erstaunlich gut geschrieben ist. Und auch übrigens sehr, sehr lustig. Und das Interessante daran ist vor allem, es gibt diese ganzen Posts im Internet, die immer sagen, boah, wir haben einem Bot diese ganzen Folgen von, ich weiß nicht, Navy CIS gezeigt und jetzt haben wir ihm selber ein Skript schreiben lassen. Das ist total lustig, guckt euch das an. Und das Ding ist, dass die meisten davon einfach völliger Bullshit sind und von Menschen geschrieben wurden, weil es halt lustig ist. Dieses Ding ist tatsächlich quasi von der Tastaturvorhersagesoftware geschrieben worden. Und das ist, wenn man sich nichts zu ernst nimmt und Harry Potter ein bisschen kennt, tatsächlich sehr lustig. Also wer Lust hat, kann sich Harry Potter and the Portrait of what looked like a large pile of ash gerne mal durchlesen, das sind nur drei Seiten. Gut. Texte können wir generieren und wir können auch Bilder und ganze Videos generieren. Dazu kommen wir am Ende noch. Ganz besonders bekannt sind vielleicht Deepfakes. Haben Sie die meisten vielleicht schon mal gehört. Wie gesagt, gehen wir später nochmal drauf ein. Und prinzipiell kann ich auch jedes andere Datenformat oder jede andere Repräsentation, jedes andere digitale etwas, was es gibt, versuchen, aus irgendwas anderem zu generieren, aus irgendwas anderem Daten zu lernen und den Computer das von alleine bauen zu lassen. Jetzt habe ich die Ausgabe uns angeguckt. Jetzt gibt es die Eingabe. Das ist der zweite Teil. Auch da kann ich im Prinzip wieder alles Mögliche nehmen, was es so gibt. Zum Beispiel Bilder, zum Beispiel Texte, strukturierte Daten, wie ich es eben hatte mit den Wetterdaten, wie warm war es, wie viel Regenwahrscheinlichkeit, wie viel Prozent des Himmels waren von Wolken bedeckt und alle möglichen Informationen mehr. Und dann muss ich diese Eingabedaten noch in irgendeiner Form für den Computer nutzbar machen. Das passiert meistens dadurch, dass ich einen Vektor daraus repräsentiere. Bei Bildern ist das wieder relativ simpel, denn Bilder sind im Prinzip schon lange Vektoren. Jedes Pixel ist ein Helligkeitswert. Das ist ein Triple von Farbwerten potenziell wieder. Das heißt, im Prinzip sind das schon Zahlenketten, die ich hintereinander stelle. Die kann ich jetzt einfach aufschreiben und eventuell so nutzen. Oder je nach meinem Anwendungszweck will ich vielleicht erstmal irgendwie noch eine Kantenerkennung drauf lassen oder das Bild in bestimmte Ausschnitte aufteilen und dann drauf lassen lassen. Das sind Details, die für bestimmte Anwendungszwelle vielleicht wichtig sind. Aber das Grundprinzip ist wie immer, Vektor draus machen und dann gucken, was ich damit anstellen kann. Bei Text ist das ein bisschen schwieriger, weil der Computer nicht so gut auf Buchstaben rechnen kann und nur die ASCII-Werte zu nehmen, sorgt meistens für Müll. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich teile das Ganze in sinnvolle Abschnitte auf, zum Beispiel einzelne Worte, zum Beispiel ganze Sätze, vielleicht sogar die einzelnen Zeichen. Dann gibt es die Möglichkeit, das wieder als Vektor darzustellen, indem ich einfach ein Wörterbuch nehme und den Vektor sage, okay, One-Hot-codiert. Jedes Wort entspricht eben einem Vektor mit einem 1, 1 drin und dann kombiniere ich die ganzen und alle Worte, die darin vorkommen, sind dann in dem Eingabedatenvektor. Das geht natürlich deutlich advanceder. Dann spricht man in dem Bereich von dem Fachbegriff, den sogenannten Embeddings. Da versucht man auch wieder mit maschinellem Lernen aus Daten und zum Beispiel Kontextinformationen, so dieses Wort steht häufig neben diesen zwei anderen Wörtern, eine Repräsentation zu lernen, die irgendwie sinnhaft ist, die eben irgendwie klar macht, dass Haus was anderes ist als Tomate, nicht nur, weil die Buchstaben anders sind, sondern auch eben, weil es eine andere Bedeutung hat. Strukturierte Daten haben den Vorteil, sie sind bereits Vektoren. Trotzdem müssen wir da jedenfalls wieder anpassen, weil was in den einzelnen Feldern der strukturierten Daten sind, könnten jetzt auch wieder Zahlwerte aus einem beliebig großen Bereich sein, dann muss ich die irgendwie normalisieren oder es könnten wieder Texteinträge sein, dann muss ich die Tricks von eben anwenden und so weiter. Gut, wie dem auch sei, am Ende von allem habe ich hoffentlich einen Vektor, den ich jetzt in mein System reinschmeißen kann. Jetzt muss ich noch überlegen, was mache ich damit und da ist das System relativ. Relativ simpel, es sagt einfach, okay, ich gucke mir jetzt ganz oft Daten an, vergleiche die Sachen, die reinkommen, werfe darauf Rechnungen und versuche vorherzusagen, wie sieht das Ergebnis aus am Ende. Das mache ich mit dem ersten Datenset, vielleicht ist das in dem Fall, ist egal, es ist zum Beispiel ein positives Beispiel bei einem Klassifikationstask, das mache ich mit einem zweiten Beispiel und manchmal funktioniert meine Berechnung und sagt den richtigen Wert voraus, manchmal tut sie das nicht und je nachdem, wie sie das tat, nehme ich jetzt meine Eingabedaten, die ich in irgendeiner Form kombiniert habe, modifiziere jetzt, wie ich die in diese Berechnung, das ist im Prinzip eine lange Formel, einfach eine Summe und dann macht man eine Schwellwertsberechnung in den meisten Fällen drauf, wie ich die habe eingehen lassen, Gewichte, manche Dinge stärker, manche schlechter und dann fange ich wieder von vorne an, solange bis durch das immer wieder klein bisschen Anpassen von den Gewichten, ich eine gute Formel gelernt habe, die meine Entscheidung treffen kann. Und entsprechend kann man sich vorstellen, das geht jetzt ganz gut, wenn ich nur ein paar Eingabewerte habe und eine Zahl am Ende oder sowas voraussagen will und wenn ich jetzt kompliziertere Daten habe, dann nehme ich einfach das ganze Ding und baue mehrere Schichten davon hintereinander, dann wird die ganze Berechnung ein bisschen komplizierter, man braucht viel mehr GPUs, aber prinzipiell geht das so weiter. Und dann kommt der Part, den ich persönlich am maschinellen Lern am hässlichsten finde, jetzt geht es darum, wer hat am meisten Rechenpower, wer hat die meisten GPUs vom Markt gekauft, die nicht die Blockchain-Leute haben und dann bringt man die zum Glühen, lässt alle möglichen Kombinationen von Schichten, von wie verbinde ich die, welche Aktivierungsformen, also welche Schwellbarfunktionen benutze ich und so weiter laufen lassen, bis man irgendwann eine Sammlung von Parametern gefunden hat, die für den aktuellen Fall mit den aktuellen Daten, mit denen man testet, gut funktioniert. Dann schreibt man das Ganze, wenn man im wissenschaftlichen Bereich ist, in ein Paper, freut sich, wenn man irgendwie 2 Prozentpunkte oder 0,2 Prozentpunkte besser ist als das bisherige und veröffentlicht das. Jo, das ist das tolle maschinelle Lernen, was so wunderbar gehypt wird. Tolle Sache. Die können inzwischen schon ganz in viel, diese Dinge. Ja, sie sind meistens relativ spezialisiert, üblicherweise können sie eine Aufgabe gut und den Rest nicht so sehr, aber insgesamt ja eigentlich eine tolle, moderne Erfindung, die so viele Probleme löst. Naja, vielleicht löst sie sie auch nicht. Wir haben letztes Jahr beide zusammen einen Talk gehalten auf den MRM-CD, in dem es darum geht, was passiert, wenn der Computer sich eigentlich selbst hackt, wenn diese Dinge schief laufen. Und eins dieser Beispiele haben wir jetzt auch wieder mitgebracht, weil nämlich die KI alles andere als unfehlbar ist. Wir haben hier also ein wunderschönes Bild, was in eine entsprechende Bilderkennungssoftware geschmissen wurde. Eine State-of-the-Art-KI, die ganz tolle Dinge tut. Und jetzt sagt, dass wir hier eine tolle Vogelgruppe haben, die gerade in die Luft fliegt. Ich sehe das anders. Vielleicht sind es auch eher Ziegen, würde ich jetzt behaupten. Alternativ bietet Microsoft Azure an, dass wir hier eine Gruppe Giraffen haben, die neben einem Baum stehen. Auch das könnte man jetzt eher bunt diskutieren. Ich bin dagegen. Das ist natürlich aber nicht der einzige Punkt, wo KI auch mal fehlschlägt, wo sie uns Ergebnisse liefert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Vor allem ist es aber ein relativ harmloser Punkt. Nicht mehr ganz so harmlos ist das, wenn diese KI-Systeme im Alltag eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Strafverfolgung. In China gibt es solche Systeme, die zum Beispiel dazu gedacht sind, um zu erkennen, ob Leute im Verkehrsbetrieb Delikte begehen, sowas wie am Steuer telefonieren. Dieser junge Mann hat das nicht getan. Der hat sich im Kopf gekratzt und prompt den Strafzettel bekommen, weil die KI dieses Bild so gedeutet hat, als würde er sich gerade ein Handy ans Ohr halten. Man kann durchaus erkennen, wie es auf diese Idee kommt, wo diese Geste irgendwie ähnlich ist. Tatsache ist aber, das Smartphone ist ganz schön unsichtbar. Es hat ziemlich lange gedauert, bis dieser Strafzettel als unnötig erklärt wurde. Es hat tatsächlich ziemlich viel Druck in sozialen Medien gebraucht, bis überhaupt anerkannt wurde, dass hier ein Problem vorliegt und dass dieser Herr diese Strafe nicht bezahlen muss. Dazu kommt natürlich auch, dass diese Software, die da in China eingesetzt wird, eben flächendeckend eingesetzt wird, auf den Straßen, in öffentlichen Räumen eingesetzt wird. Zum einen nicht nur zum Erkennen von Delikten eingesetzt wird, sondern zum Beispiel auch zur Drangsalierung von ethnischen Minderheiten. An sich schon eine Sache, die man durchaus sehr stark kritisieren kann. Dazu kommt danach, dass diese Software von einem privaten Unternehmen betrieben wird, bei der eben auch die gesamten Daten landen. Klasse Sache. Und diese KI tut in China noch was anderes. Die erkennt nämlich, ob jemand über eine rote Ampel geht. Und weil man dagegen ja was tun möchte, ist ja eine Straftat und ist ja gefährlich und so, haben sie sich entschlossen, diese Leute dann öffentlich bloßzustellen, indem sie auf eine riesige Leine und ähnlich wie beim Times Square projiziert werden mit Namen. Wir haben hier also Gesichtserkennung. Und public geschämt werden im Prinzip für dieses Vergehen. Davon kann man jetzt verschiedene Dinge halten. Ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so geil. Aber man kann ja sagen, diese Menschen haben ja schließlich eine Straftat begangen. Ja, blöderweise haben sie das nicht immer. Diese KI kriegt es nämlich nicht hin zu unterscheiden, ob da tatsächlich ein Mensch über diese Straße läuft oder ob da vielleicht nur ein Bus vorbeifährt, auf dem ein Werbeplakat angebracht ist. Diese junge Frau, dieses Fotomodel, wurde also public an die große Leinwand gestellt, als Verkehrsverbrecherin, obwohl sie nicht mal vor Ort war. Mit erkanntem Namen. Ich lasse euch daraus eure eigenen Schlüsse ziehen. Jetzt haben wir bisher Beispiele gezeigt, wo die KI einfach nicht unfehlbar ist, wo sie Fehler gemacht hat, ohne dass irgendjemand großartig böse Absicht dahinter hatte. Natürlich ist es so, dass man auch absichtlich die Schwächen einer KI ausnutzen kann. Das ist das, was aktuell gerade in Hongkong passiert, wo absichtlich KI umgangen wird. Auch da geht es um Gesichtserkennung. Das ist die interessante Frage. Wird es Sinn kriegen, das abzuspielen? Obwohl nicht. Besser. Was wir hier also sehen, ist, dass die entsprechenden Proteste relativ starke Laser einsetzen, um die Bilder, die von Kameras, von Überwachungskameras aufgezeichnet werden, unnutzbar zu machen. Sodass die Bilder so überbelichtet sind oder so gestört sind, dass darauf eben keine Gesichtserkennung mehr stattfinden kann. Man sieht es auch ganz gut, auch auf die Kamera wird da gerade was gelichtet. Der gesamte linke Bereich ist effektiv unnutzbar. Das, obwohl Gesichtserkennung heutzutage schon mit ziemlich niedrig aufgelösten Bildern, funktioniert tatsächlich. Ich vermute mal, es gibt auf dieser Veranstaltung relativ viele Leute, die politisch so orientiert sind, dass sie das gut finden, wenn die Proteste da ungestört und unverfolgt stattfinden können. Das Problem ist natürlich, auf die Idee ist nicht nur die eine Seite gekommen, auf die Idee ist wie immer auch die andere Seite gekommen. Was also die Polizei macht, ist entsprechend starke Scheinwerfer und Laser einzusetzen, um Journalisten unmöglich zu machen, Bilder und Videos vom Geschehen zu machen und verdecken damit, dass sie beispielsweise Tränengas oder Pfefferspray einsetzen. Natürlich funktioniert das nicht immer, wenn ich jetzt irgendwie immer einen Laser in die Kamera halte, dann fällt das auf. Ich will aber vielleicht auch irgendwie was Subtileres haben, mit dem ich verhindern kann, dass mich eine Gesichtserkennung, eine Personenerkennung erwischt. Kannst du das Video ruhig anschauen. Die also zum Beispiel ja irgendwie jetzt in Berlin-Südkreuz gerade großflächig getestet wird. Also auch hier wird das uns ja in Kürze, wenn wir Pech haben, bevorstehen. Und in dem Fall reicht es, sich ein solches Motiv auszudrucken. Darauf sind, wie man sieht, irgendwie kleinere Personen zu erkennen. Das heißt, der Computer sieht jetzt, okay, da ist vielleicht was, was eine Person sein könnte, aber da sind ja noch andere Personen drin und die Größen passen auch nicht. Es passt alles nicht zusammen, das ist wohl kein Mensch. Und damit gelingt es Ihnen jetzt hier, die Personenerkennung auszutricksen. Zack, ist der andere keine Person mehr. Das funktioniert in dem Fall jetzt. Dieses Muster ist explizit dafür gebaut worden, um diese eine Gesichtserkennung auszutricksen. Aber, und darauf gehen wir jetzt gleich ein, sowas funktioniert auch großflächiger, auch generell für sehr viele, beziehungsweise quasi alle State-of-the-Art-Systeme aktuell, dass man dagegen Beispiele oder Systeme, Dinge finden kann, die das System so weit stören, dass es nicht mehr das korrekte Ergebnis liefert. Es gibt dazu den Begriff der Adversarial Images. Der ist schon vor einigen Jahren geprägt worden in einem Research-Projekt, was sich damit beschäftigt hat, wie man Bilder so verfälschen kann, dass Bilderkennung sie nicht mehr verwerten kann. Und es gab vor jetzt nicht so langer Zeit da noch einen größeren Durchbruch. Denn diese ganzen Ansätze haben das Problem, sie beziehen sich auf 2D-Bilder. Und nur weil ich das eine Bild störe, heißt es nicht, dass es bei einem etwas anderen Bild, bei einem Bild, wo ich das Objekt ein bisschen gedreht habe, ein bisschen vergrößert habe, das Bild zugeschnitten habe und so weiter, nicht mehr funktioniert hat. Außerdem waren die immer relativ speziell auf eine bestimmte KI zugeschnitten. Es gibt jetzt einen neuen Ansatz, der sich EUT nennt und bei dem das nicht mehr so ist. Wir haben hier also ein hübsches Bild, ein Foto, was diese ForscherInnen gemacht haben. Und ich weiß, dass mindestens eine Person aus dem Publikum sich schon sehr auf die Auflösung freut. Was sehen wir denn da? Ich reiße niemandem den Kopf ab. Eine Schildkröte. Dankeschön, eine Schildkröte. KI sieht das anders. KI sagt, das ist ein Gewehr. Mit sehr hoher Konfidenz. Die Beamer-Auflösung ist nicht der absolute Hammer, darum sage ich es. Der rote Balken sagt Rifle, also Gewehr. Der zweite sagt Shield, der dritte sagt Revolver. Ich sehe das auch eher so, dass nichts davon wirklich zutrifft. Ich meine, Schild kann man jetzt noch diskutieren, Schildkröte und so. Aber der eigentliche Punkt ist, wir haben eine 3D-gedruckte Schildkröte, entsprechend aus Plastik, die von Google Inception 3D, also einer der besten Bilderkennungssoftwares, die wir im Bereich gerade auch der 3D-Erkennung momentan haben, zuverlässig. Das heißt, aus jedem Winkel, bei jedem Zuschnitt, bei verschiedenen Zoomstufen, bei Drehungen, bei verschiedenen Auflösungen als Gewehr erkannt wird. Oder zumindest als Waffe erkannt wird. Adversarial Images funktionieren im Prinzip so. Und wir haben das Ganze auch nochmal als Video mitgebracht. Dass wir das Bild nehmen und wir haben ein Bild, von dem wir wissen, dass es als das klassifiziert wird, als was wir auch dieses Bild klassifizieren wollen. Eigentlich haben wir davon eine ganze Gruppe. Und wir schauen uns an, was hat die KI gelernt, was sind die herausstechenden Merkmale bei dieser Gruppe von Dingen, in dem Fall Waffen, die die KI erkennt. Das sind meistens bestimmte Pixelgruppen, das sind meistens bestimmte Kontraste. Das sind relativ unauffällige Dinge. Und diese Dinge kann man im Prinzip lernen, auf ein anderes Bild zu übertragen. Das heißt, wir definieren eine mathematische Kostenfunktion, die uns quasi diese Differenz zwischen dem Muster, was wir erkennen wollen, und dem Bild, was wir haben, minimiert. Und wenn wir das tun, passiert genau das. Wir haben eine Schildkröte, die einfach ganz normal aus Plastik gedruckt wurde. Die wird auch als Schildkröte erkannt, aus jedem Winkel, in jeder Größe, in jeder Drehung und so weiter. Und wir haben diese eine Schildkröte, deren Texturenfarbe minimal verändert wurden. Auf eine Weise, die mathematisch vorher sehr, sehr genau und sehr lange berechnet wurde. Und die entsprechend aus jedem Winkel und so weiter als Waffe erkannt wird. Dieser Ansatz, den diese ForscherInnen gefunden haben, funktioniert zuverlässig auf fast alle 2D-Bilder. Und zum ersten Mal eben auch auf 3D-gedruckten Objekten, sodass man das direkt in die haptischen Objekte einarbeiten kann. Diese Veränderung des Bildes oder auch des 3D-Objektes ist für Menschen quasi nicht wahrnehmbar. Manchmal sieht man so leichte Farbschlieren, aber je nach Fortgeschrittenheit des Ansatzes ist selbst nicht mal das. Das ist so unwichtige Rauschen in diesen Daten, dass wir das so nicht wahrnehmen. Aber da die KI nicht sieht wie wir und ganz andere Sachen wahrnimmt, sich auf bestimmte kleine Eigenheiten fokussiert, schaffen wir es mit einem gewissen Muster, die Annäherung an ein bestimmtes Modell, was die KI schon gelernt hat, so in die Höhe zu treiben, dass dieser Erkennungsprozess quasi frühzeitig umgelenkt wird. Auf das ist unser definitives Ergebnis. Die Konfidenz ist hoch genug. Alles Weitere ist nicht notwendig. Nächstes Beispiel. Das hier sind Straßenschilder, die geben eine Höchstgeschwindigkeit an, kennen die meisten hier vermutlich. Was seht ihr da? Welche Geschwindigkeiten? Jetzt könnt ihr alles vorlesen, 50, 70 und so weiter. Das ist ein bisschen witzlos. Sämtliche in der Forschung derzeit als State-of-the-Art geltenden Systeme plus sämtliche Systeme von Automobilherstellern lesen auf allen diesen Schildern 30 kmh. Keins von den Bildern war natürlich ursprünglich ein 30 kmh-Schild. Genau. Denn was haben sie stattdessen gemacht? Diese Kameras erfassen ja irgendwie einfach die Straße. Dann identifizieren sie, okay, das ist ein Straßenschild. Nehmen nur diesen Ausschnitt mit dem roten Kreis drum. Schneiden alles andere weg. Und verarbeiten das. Und genau das macht man sich zunutze, indem man eben das vorausahnt erstmal, was das System auch machen würde. Das heißt, man nimmt ein Foto von dem echten Straßenschild. Nimmt den Ausschnitt von dem Schild selbst. Das ist ein relativ trivialer Task. Guckt noch, dass man das Ganze auf die Größe packt, das System das verarbeiten wird, weil das System entsprechend immer reinzoomt, beziehungsweise meistens das verkleinert auf eine bestimmte Pixelbreite, mit der es immer arbeitet. Und dann kann man ganz leicht, unauffällig, einzelne Pixel in dem Bereich so anpassen mit entsprechenden Zielfunktionen. Und das gibt es einfach ein fertiges Framework, dass das dann die gewünschte Zahl, nach der gewünschten Zahl für den Computer aussieht, ohne dass man aber möglichst viele große Endflächen geändert machen würde, die den Menschen auffallen wird. Am Ende vergrößere ich das Ganze wieder, dadurch, dass ich ja meistens in echt, also das Kamerabild sozusagen ist ja alles viel kleiner als irgendwie in echt die Größe auf dem Schild. Dadurch sind die Pixeländerungen, die beim Verkleinern auf einen Pixel gemappt werden und das stärker machen, werden hier über mehrere größere Bereiche gewischt. Dadurch sehen die jetzt auch nur noch so ein bisschen schlierig oder sowas aus im Hintergrund und nicht mehr komplett irgendwie plötzlich dickfett, schwarze Kästchen drin oder sowas. Und dadurch erkennt das System dann plötzlich das falsche Straßenschild, also eine Geschwindigkeit, die zu hoch oder zu niedrig ist. Das kann man dann schön testen, auch aus allen möglichen Winkeln. Das heißt, die haben in dem Fall, um das zu testen, die Kameras genommen, auf den Bildschirm gerichtet, wo sie Fotos aus allen möglichen Perspektiven hatten, weil es ihnen zu aufwendig war, jetzt das auf echten Straßen zu machen. Und die Kamera erkennt zuverlässig, dass es die Systeme auch, wie gesagt, die echten in den Autos verbauten Systeme erkennt, zuverlässig falsche Geschwindigkeitsvorgänge. Und jetzt haben wir den ersten Mal den Punkt, wo wir richtig Schaden damit anrichten können. Das erste Beispiel, was wir mitgebracht haben. Ich meine, eine falsche Geschwindigkeit, die an ein Auto, was vielleicht dann irgendwie halbautonom fährt und die Geschwindigkeit eigentlich an die lokalen Gegebenheiten anpassen sollte, übermittelt wird, kann halt zum einen dafür sorgen, dass ich einfach alles sehr, sehr langsam mache, dafür sorge, dass es einen Verkehrskollaps gibt, weil plötzlich die Autos irgendwie 10 kmh lesen und auf der Autobahn nicht mehr 100 fahren. Dann fährt mir vielleicht noch einer hinten drauf, der nicht halbautonom fährt. Oder wenn ich es wirklich auf jemanden abgesehen habe, kann ich auch dafür sorgen, dass er vor der 30er-Kurve halt 120 signalisiert kriegt und dann mit sehr, sehr viel Schwung eben vermutlich nicht mehr um die Ecke fährt, sondern um die Ecke gebracht wird. Und, ähm, sorry. Du musst es weitermachen. Alles klar. Das sind jetzt Beispiele, bei denen man sagen kann, wir könnten das relativ gut umwählen, wir nehmen einfach keine autonom fahrenden Autos. Problem gelöst. Problem ist nicht so einfach gelöst, wenn es um etwas geht, was wir immer mit uns tragen und auch immer benutzen, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist unser Gesicht. Es gibt heutzutage schon viel zu viel Software, die Personen eindeutig identifizieren kann, zumindest mit einer ausreichenden Konfidenz, die das auch tut. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, sowohl in China als auch, leider steht uns das hier bevor. USA wird das natürlich auch schon eingesetzt. Und auch die kann man natürlich hervorragend austricksen. Zum Beispiel mit diesen super stylischen Brillen, die vielleicht ein bisschen abgefahren aussehen, aber auf der einen oder anderen Party vielleicht doch nicht auffallen würden. Und die dazu führen, dass die oben abgebildeten ForscherInnen als die unten abgebildeten Berühmtheiten identifiziert werden. Zuverlässig mit einer Konfidenz, naja, es kommt auf die Person und es kommt auf das Zielbild an, aber von bis zu 90 Prozent von allen gängigen Gesichtserkennungssoftwares, die somit in den Internet verfügbaren Bilder von Celebrities trainiert wurden. Das ist relativ faszinierend, finde ich, weil da ist es noch viel einfacher nachzuvollziehen, viel schwieriger nachzuvollziehen, wie dieses spezifische Gesicht durch die Brille manipuliert wird. Das heißt, die Augenregion, das merken wir schon, ist einfach sehr, sehr wichtig in der Gesichtserkennung. Es gibt zum Beispiel auch Ansätze, die über Schminke, Frisur, Styling dafür sorgen sollen, dass Menschen nicht mehr erkennbar sind. Die haben den Nachteil, dass sie extrem auffällig sind, weil sie meistens involvieren, Haare so vor das Gesicht zu bringen, dass zum Beispiel ein Auge verdeckt ist oder weil sie extrem starke Kontrastfarben an Stellen im Gesicht involvieren, die nicht üblich sind. Also schwarze Balken auf der Wange, irgendwas, was die Bilderkennung aus dem Konzept bringt. So eine Brille dagegen, wenn bunte Farben gerade in Mode sind, damit kommt man relativ einfach durch. Das heißt natürlich zum einen, dass ich meine Identität verschleiern kann. Ich kann dafür sorgen, dass ich nicht erkannt werde von der Software, die selbst auf meinen Bildern trainiert wird. Das sorgt natürlich auf der anderen Seite auch dafür, dass ich mich als jemand anders ausgeben kann. Ich kann hier quasi beliebige Personen in die Brille bringen, indem ich mich an Orten aufhalte, wo sie nicht sein sollten, indem ich Dinge tue, die sie nicht tun sollten und dabei dafür sorge, dass der Computer jemand anderen erkennt. Das hält natürlich nur, solange wieder kein Mensch drauf schaut. Trotzdem sind die Anwendungszwecke schon eher beunruhigend. Bisher haben wir jetzt sehr viel über Bilderkennung geredet, weil es einfach ein wunderbar plastisches Beispiel dafür ist, wie man diese Sachen machen kann. Das Ganze funktioniert aber selbstverständlich nicht nur auf Bildern. Alternativ funktioniert das zum Beispiel auf Audiodateien. Und jetzt finden wir mal raus, ob ihr euren Ohren traut. Wir haben zwei Audiosamples mitgebracht, bei denen ihr euch das mal anhören könnt. Okay, das versteht man leider bei dem aktuellen Lautsprecher nicht so gut. Machst du es nochmal? Hat es jemand verstanden? Er sagt, man versteht es mit anderen Lautsprechern tatsächlich besser. Without the data set, the article is useless. Der Computer sieht das anders. Okay, Google, browse2evil.com. Im Leben nicht hätte ich das rausgehört. Im Leben nicht hätte ich auch spontan den Unterschied zwischen der manipulierten Audiodatei und der unmanipulierten Audiodatei rausgehört. Mit sehr guten Kopfhörern, wenn man aktiv darauf achtet, hört man eine ganz leichte Änderung im Hintergrund liegenden Störgeräusch. Aber das ist doch wirklich schon alles. Wir haben aber noch was mitgebracht. Kenntest du vielleicht jemanden? Richtig, sehr schön. Aber auch da versteht mein Computer was anderes. Speech can be embedded in music. Ich glaube nicht, dass das jemand von uns rausgehört hat. Das funktioniert im Prinzip relativ ähnlich wie bei den Bildern. Wir haben unser Audiosample. Wir legen eine leichte Störspur drauf, die wir natürlich sehr gut ausgewählt haben mit Hilfe unserer Kostenfunktion. Und schon sind wir bei ganz anderen Ergebnissen, die von gängigen neuronalen Netzen erreicht werden. Der Trick bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass das nur funktioniert, weil neuronalen Netzen eine bestimmte Funktionsweise haben und weil sie gewisse Schwachstellen haben. Gewisse Schwachstellen, die quasi in der Art und Weise, wie wir sie trainieren, wie wir sie bauen und wie sie funktionieren, Teil des Prozesses sind, die wir nicht trivial umgehen können, die nicht dadurch umgangen werden, dass wir es einfach ein bisschen größer, ein bisschen komplexer machen oder länger trainieren oder mit mehr Beispielen. So einfach ist es nicht. Dann gäbe es nicht so viele zuverlässige Attacken. Natürlich gibt es den Versuch, gegen das Ganze zu verteidigen. Bisher allerdings ziemlich unerfolgreich. Aber die interessante Frage ist ja, dieses ganze Konzept, diese Tatsache, dass wir KI so aus dem Konzept bringen können, ist das jetzt gut oder schlecht? Wer glaubt denn, es ist gut? Darfst du dich auch zweimal melden. Okay, wer glaubt denn, es ist schlecht? Entweder sind hier sehr viele Unentschieden oder sagen, es ist weder gut noch schlecht. Ich habe ein paar mehr Hände bei schlecht gesehen. Ich würde es so formulieren, es kommt drauf an, aber man kann auf jeden Fall Mist damit machen. Der Vorteil ist gerade im akademischen Sinne, dieser typische Kreislauf, den ich habe von Verbesserung, ist, ich habe mein System, das kann irgendwas relativ gut. Jemand anders kommt, findet die Schwachstelle, macht es kaputt, manchmal mache ich es auch selber kaputt. Ich lerne daraus, fixe die Schwachstelle und habe ein besseres System. Aus der akademischen Sichtweise ist das was Gutes. Wir haben einen Kreislauf, der dazu führt, dass wir immer stärkere Verteidigung bekommen. Er führt aber auch dazu, dass wir immer stärkere Angriffsmodelle bekommen. Das ist ja ein Modell, was hier bei einer Kammersveranstaltung sicherlich gut verständlich ist. Entsprechend, wie gesagt, kann es aber auch Fälle geben, die so stark dann, dass die ganze Gesellschaft durcheinander bringen können, dass man vermutlich relativ schnell sagen wird, okay, ein paar Sachen davon sind ja noch lustig, aber langsam wird es problematisch. Und ein ganz typisches Beispiel dafür sind die sogenannten Deep Fakes. Wie gesagt, habe ich am Anfang schon mal erwähnt. Da geht es darum, durch den Computer künstliche, gefakte, automatisch künstliche Bilder und Videosequenzen zu erzeugen, die von Menschen nicht zu erkennen sind, dass sie nicht dem entsprechen, was sie sollen. Das ist ja auch und kann ganz cool wirken, wie hier zum Beispiel, wo Mitarbeiter von Samsung Labs es geschafft haben, die Mona Lisa zum Leben zu erwecken, mithilfe dieses einen Bildes, was sie ja davon haben. Es gibt ja nicht irgendwie Rundumansichten, die ihnen gefallen hat, was niemand getan hat, die zu malen oder sowas, sondern es gibt ja dieses eine Bild und natürlich gibt es tonnenweise Fotos von Menschen in allen anderen möglichen Posen. Daraus kann man eben extrahieren, wie bewegt sich ein Gesicht beim Kopfdrehen, wie ändert sich die Position der Augen, der Nase, wie bewegt sich der Mund, wenn ich spreche und so weiter. Das kann man alles irgendwie abstrakt rausholen, dass man eine Art Konzept sozusagen davon extrahiert und das dann auf vorhandene Daten anwenden. Das passiert hier mit der Mona Lisa und jedem ist klar, okay, die hat sich vermutlich nicht wirklich bewegt. Das passiert aber leider auch regelmäßig bei Personen, bei denen man weiß, dass sie sich durchaus bewegen können, dass sie durchaus Dinge machen können. Ganz beliebt ist es, Politikern neue Worte in den Mund zu legen, die sie so nicht gesagt haben, aber da es von denen genug Fotos, genug Videosequenzen vor allem gibt, kann man relativ realistisch dafür sorgen, dass sie halt bei einer Rede plötzlich was anderes sagen. Ganz beliebt ist es auch, Menschen irgendwie zu kombinieren. Es gibt inzwischen Smartphone-Apps, mit denen man sich selbst in Leonardo DiCaprio auf der Titanic verwandeln kann, wenn man daran aus irgendeinem Grund unbedingt Interesse hat. Und es gibt dann, wie gesagt, die Möglichkeit hier, komplett künstliche Figuren quasi zu erzeugen, die sehr, sehr realistisch wirken. Und da haben wir jetzt den Punkt, wo einem dann irgendwann das Lachen sozusagen im Hals stecken bleibt, was man vielleicht bei den Bildern noch sieht. In dem Moment, wo ich eben nicht mehr den lustigen Zusammenschnitt, wo ein Musikvideo aus Politikerreden produziert wurde, die sehr, sehr abgehackt klingen habe, sondern eine Rede, die so klingt, als wäre sie wirklich von dem Politiker, der Politikerin gesagt worden. Und natürlich kann ich jede andere Filmszene, die es gibt, jede andere Aufnahme, die es gibt, irgendwie so manipulieren, dass plötzlich da ein anderes Gesicht drin steckt. Und damit, und das ist jetzt der Punkt, wo das wirklich eingesetzt wird, um explizit zu schaden, der ganzen Gesellschaft, Populismus, Propaganda betreiben, Leute gezielt verunsichern, gezielt verwirren, dafür sorgen, dass Fehlinformationen herrschen, die dann ja leider potenziell von anderen Menschen geteilt werden, als Beweise, dass irgendwer sich irgendwie verhalten hat. Und leider ist das auch nicht so gut zu erkennen. Hier, man sieht, das ist schon relativ gut, das ist aber auch die quasi schlechteste Datenlage überhaupt, die es gibt. Es gibt nur ein Gemälde, nicht mal ein Foto. Bei Videosequenzen, die alles andere ringsherum, die natürlichen Bewegungen, dass man mal mit den Schultern wackelt und so weiter, alles schon realistisch machen, und die richtige Länge haben, ist es schon sehr schwer, sowas zu erkennen. Und spätestens, wenn wir dann zum Beispiel Überwachungskameraaufnahmen haben, die ein Verbrechen zeigen, die aber mit, naja, quasi noch vielleicht auf einer Videokassette aufgezeichnet wurden und demzufolge dermaßen viel Rauschen, Störungen und so weiter drin haben, da kann ich nicht mehr sagen, aha, diese Pixel sehen aber verdächtig aus, weil da sieht alles verdächtig aus, das liegt am Material. Und da haben wir dann den Punkt erreicht, wo das Ganze saugefährlich wird. Um das quasi auf den Punkt zu bringen, ich kann eine beliebige Person, von der ich ein 2D-Bild, was quasi ohne mein Einverständnis zu fast allen Zeitpunkten des Tages irgendwie möglich ist, habe, diffamieren und diskreditieren, indem ich hier irgendwelches Verhalten anhänge, wenn ich auch noch ein bisschen Tonaufnahmen habe, anhänge, was auch immer sie gesagt haben könnte. Das bedeutet im Prinzip im Umkehrschluss auch, dass weder Bilder noch Videos noch Audioaufnahmen in Zukunft irgendeine Form von Beweis sind, solange wir das nicht entdecken können und bisher können wir das nicht, also sogar nicht. Denn genauso wie ich aus den Bildern jetzt hier Muster erkennen kann, kann ich eben auch aus Tonaufnahmen, die ja gerade, wie gesagt, von Menschen des öffentlichen Lebens kräftig existieren, die Eigenheiten extrahieren, mit der sie sprechen, die Pausen, die sie machen, die Betonungen, die für sie charakteristisch sind und die auf eine Weise neu kombinieren, dass man eben nicht das Stocken hört, so wie das, wie gesagt, aus manchen Videos bekannt ist oder wie es klingt, wenn die Blechelse am Bahnhof die Ansagen macht. Sondern das klingt dann wirklich nach realistischem Text, das garniert mit echten Video, also mit Video, was gut aussieht. Tja, wer von uns würde sich einbilden in der Lage zu sein, das sicher erkennen zu können? Vermutlich niemand. Bisher haben wir sehr viel über Forschungsprojekte gesprochen, über theoretische Ansätze, über zwar funktionierende Angriffe, aber noch nicht über die Realität, außer den Hongkong-Protesten. Es gibt aber durchaus Beispiele, wo Angriffe gegen KI jetzt schon eingesetzt werden, wo man sich fragen muss, sind sie effektiv? Sind sie legal? Und selbst wenn sie beides sind, sind sie noch moralisch? Können wir das in irgendeiner Form vertreten? War das okay? War das gut, was da gemacht wurde? Und eines dieser Beispiele haben wir noch mitgebracht von einem Skate-Shop. Und ich zitiere kurz diesen Besitzer des Skate-Shops, der sagt, wir haben auch auf unserem Blog auf Instagram und Facebook angekündigt, dass es online nur Bilder vom Schuh gibt. Wir haben niemanden getäuscht. Was sie nämlich schlicht und einfach gemacht haben, sie haben sich lange darüber aufgeregt, dass es in der Skate-Szene gerade von Nike verbreitet ist, dass es Schuhe mit einer sehr geringen Auflage gibt, die irgendwie was ganz Tolles sind, die man unbedingt haben muss, wo die Leute wirklich über Nacht vor den Läden campen, damit sie morgens um 8 als erstes diesen Schuh kaufen können, um noch ein Exemplar zu kriegen. Und was dann passiert ist, voraussehbarerweise, ist natürlich, dass Menschen versucht haben, möglichst viele davon zu kaufen und sie zum 3-, 4-, 5-, 10-fachen Preis wieder zu verkaufen, Leute, die sie unbedingt haben wollen. Dieses System ist in der Skate-Szene schon lange verpönt natürlich, passiert aber mehr und mehr, vor allem als Online-Handel dazu gekommen ist. Wenn ich den Nacht über vor dem Shop campen muss und dann wahrscheinlich irgendwie nur zwei Exemplare kaufen darf, weil die Leute, die dort arbeiten, ja auch nicht völlig blöd sind, dann ist das ein ziemlich ineffizientes System, es bringt mir immer noch gut Profit, aber wenn ich natürlich online mit einem Bot, der irgendwie 700 Aufrufe die Minute machen kann, einfach das Ding leer kaufe, ist das eine ganz andere Geschichte. Davon waren die so genervt, dass sie sich gedacht haben, dagegen müssen wir was tun, komme was da wolle. Was sie also gemacht haben, ist, sie haben online digitale Bilder vom Schuh zum Verkauf angeboten für den gleichen Preis oder sogar einen höheren Preis und was natürlich passiert ist, ist, dass die Bots große Mengen von diesen Bildern dieser Schuhe gekauft haben, weil sie natürlich weder im Text noch im Bild erkannt haben, dass es sich hier um den Kauf von Bildern handelt und nicht von tatsächlichen Schuhen. Er rechtfertigt das eben mit der Aussage, wir haben vorher doch überall gesagt, alle Menschen konnten lesen, dass wir online keine Schuhe verkaufen, ausschließlich die Bilder. Es war auch auf der Verkaufsseite explizit ausgewiesen, dass nur ein digitales Bild des Schuhs zur Verfügung gestellt wird. Es ist natürlich genau das Vorhersehbare passiert, die Bots sind trotzdem reihenweise darauf reingefahren. Digitale Bilder haben übrigens den Vorteil, digitale Waren unterliegen nicht dem Fernabsatzhandelsgesetz, können nicht zurückgegeben werden. Das heißt, die Bots sind entsprechend auf den Kosten sitzen geblieben. Es gibt Leute, die haben davon Tausende Stück gekauft, die haben 7000 Euro, Dollar, was auch immer in den Sand gesetzt und natürlich auch hinterher entsprechend gedroht zu klagen und was es nicht alle für Streits gab. Bisher ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, das war völlig in Ordnung, es war explizit auf der Seite darauf hingewiesen, dass es sich hier um digitale Exemplare, Bilder der Exemplare handelt. Trotzdem ist das natürlich ein großes Diskussionsthema, weil es war schon explizit der Wunsch, wir wollen, naja, Leute veräppeln, KI veräppeln, was wollen wir dann? Wir haben ja eine gute Motivation gehabt. Das ist durchaus ein Diskussionspunkt, den man führen kann. Ist das vertretbare Gegenstrategie oder lässt sich da jemand auf genau das Niveau herab, was er eigentlich kritisiert? Ich kann euch die Frage nicht beantworten, vielleicht wollt ihr euch dazu selbst Gedanken machen, vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr gleich in der Diskussion dazu was zu sagen. Damit sind wir nämlich soweit am Ende unseres Talks. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Kontaktdaten nochmal hier und wenn es Fragen gibt, dann beantworten wir die gerne. Sind euch irgendwelche Fälle bekannt, in denen jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das die Schildkröte ist, das auf 3D-Strukturen basierend oder eher auf optischen Strukturen, mit denen man getäuscht wird? Und sind euch da irgendwelche Fälle bekannt, wo vielleicht auch schon ziviler Ungehorsam damit ausgeübt wurde mit solchen Techniken? Den letzten Satz habe ich auch nicht verstanden. Die, also diese Strukturen, mit denen Adversarial Effects ausgelöst werden, sind euch da irgendwelche Fälle bekannt, mit denen ziviler Ungehorsam damit ausgeübt wurde? Also nicht unbedingt jetzt, dass irgendwie gesagt wurde, das ist jetzt Politiker X, der da mit einer Waffe rumläuft, sondern wirklich, also da, wo auch Leute sich selbst in die Schusslinie stellen, um zu sagen, eure Bilderkennung ist scheiße. Also die meisten Beispiele, die ich kenne, kommen aus dem akademischen Bereich, wo man sagt, okay, hier guckt mal, funktioniert nicht. Und dann ja im Prinzip auch den Herstellenden die Gelegenheit gibt, wir bauen jetzt mal was Neues und versuchen, das besser hinzukriegen mit fragwürdiger Definition von besser, je nach Anwendungszweck. Also ich glaube, es wird meistens, wenn genutzt, um eben nicht auf dem Kamerabild erkannt zu werden oder sowas und weniger, um wirklich explizit zu sagen, hey, wir haben euch reingelegt, ausgetrickst, euer System ist Mist. Wäre aber denkbar oder zumindest natürlich sinnvoll, gegebenenfalls Beweise zu sammeln, um dann zum Beispiel vor Gericht gegen etwas vorzugehen. Ist ja ähnlich wie der Ansatz, keine Ahnung, wenn ich an der roten Ampel geblitzt wurde, stoppe ich mal, wie lange die Gelbphase war, ob die überhaupt blitzen durfte oder nicht. Genauso kann man hier jetzt sagen, ich sammle Daten aber mir ist zumindest gerade kein Prozess oder sowas bekannt, wo das dann genutzt wurde, um irgendwie dann ein System zur Abschaltung zu zwingen oder irgendwie sowas. Von Nils Stevenson gibt es in dem aktuellen Science-Fiction-Roman so eine kleine Zukunftsvision, nur so 30, 40 Jahre in die Zukunft, wo die Leute sich, die sich's leisten können, per Laser, Muster ins Gesicht projizieren lassen und dadurch dann halt anonym durch die Straßen gehen können, weil sie sich den ganzen Überwachungssystemen entziehen. Ist es dann auch so eine Vision, die euch so durch den Kopf geht, nach dem Motto, Privatheit ist dann nur noch was, wenn man sich's leisten kann? Das ist bei aller neuer Technologie, denke ich, irgendeine Form von Bedenken, die man haben muss. Alle Technologie, die irgendwie auf den Markt gebracht wird, um sich selbst zu verteidigen, wird erstmal entsprechend teuer sein. Und das ist eigentlich immer eine Diskussion. Bisher sind mir aber grundsätzlich keine Fälle bekannt, wo Leute irgendwie Technologie verkaufen zu diesem Zweck, sondern das sind alles mehr entweder so diese Kategorie von you can do it yourself, was musst du beachten, wenn du's versuchst? Aber ich meine, die Diskussion von wer kann sich's leisten, ist eigentlich immer da bei neuen Dingen, oder? Gerade wenn man eben sagt, also es ist ja immer die Frage, haben das Forscher oder irgendwer rausgefunden, weil sie das interessant fanden und haben gesagt, hier guck mal, damit kann man das Thema austricksen oder ja, wenn ich reich genug bin, um jemanden dafür zu bezahlen, für mich zu forschen, kann ich natürlich einen Fortschritt kriegen, kann ich was entwickeln, was niemand anderes hat. Und damit, wenn ich's nicht publiziere, dann meine Chancen, wir hatten ja diesen Kreislauf, meine Chancen erhöhen, dass die Technologie, wenn ich sie für mich behalte, auch für mich weiterhin funktioniert und eben nicht rausgepatcht wird und im Gegenzug dafür, dass ich eben nicht der Gesellschaft insgesamt helfe. Und bei einem zweiten Szenario, nach deutschem Demonstrationsrecht, könnte es dann sein, dass das dann als passive Bewaffnung gilt, weil ich sozusagen mich der Überwachung entziehe. Das ist im Prinzip genauso jetzt mit dem Vermummungsverbot, was wir in Österreich jetzt ja haben. Vorher hätte ich gesagt, okay, wenn ich nicht auf dem Bild erkannt werden will, setze ich mir halt eine Maske auf, das darf ich jetzt nicht. Eine Brille werden Sie erstmal nicht direkt verbieten können, aber es besteht natürlich Gefahr, dass Sie dann nachziehen und sagen, irgendwie, wenn rausgefunden werden kann, dass die Brille eben dazu dient, sich zu vermummen, verschleiern, wie auch immer, ist es eben plötzlich doch eine Straftat. Genau, also die Diskussion gibt es schon an Stellen, wo eben mehr Verhüllungsmaßnahmen, mehr sichtbare Verhüllungsmaßnahmen getroffen werden, gerade dieses Thema Schminke, da gibt es die Diskussion schon im Ansatz, aber erfahrungsgemäß wird, sagen wir mal, die Legislatur schneller angepasst, wenn Technik dazu genutzt wird, sich mehr oder weniger staatlichen Kräften zu widersetzen als andersrum. Ich würde damit rechnen, dass die Diskussion kommt, wenn diese Mittel irgendwie verbreiteter werden. Was die deutsche Legislatur dazu sagt, ist ja deshalb nochmal eine andere Frage, weil auch in Deutschland die entsprechenden Technologien, die eingesetzt werden, um Menschen zu erkennen, zwar schon existieren, aber nicht entsprechend weit verbreitet sind, dass sich bisher ein Markt aufgetan hätte dagegen. Das Neueste soll ja sein, Leute am Gang zu erkennen. Wisst ihr, ob das schon tatsächlich eingesetzt wird? Ich weiß nicht, ob Bewegungsmuster bereits eingesetzt werden zur Identifizierung. Ich weiß, dass sie bei Deepfakes eingesetzt werden. Entsprechend gehe ich davon aus, dass es diese Ansätze mindestens forschungstechnisch gibt. Ich weiß bisher von keinem kommerziellen Einsatz sozusagen, aber Deepfakes ist ein großes Thema, auch anhand von Gestik, anhand von Mimik, anhand von Bewegungsmustern, wie oft wackelt die Person, wie sitzt die Person üblicherweise, Menschen zu imitieren. Also ein Forschungsthema ist es sicherlich. Und wir haben da natürlich wie immer im Forschungsbereich eine ethische Dimension drin, wenn Leute daran forschen, das veröffentlichen. Potenziell wird es sogar abgelehnt, sowas zu veröffentlichen, weil es heißt, okay, das ist jetzt ethisch verwerflich irgendwie zu identifizieren, weil es muss ja auch nicht irgendwie auf eine Person zurückschließen, sondern vielleicht kann man ja mit irgendwas auf eine Personengruppe zurückschließen, was in dem Moment, wo Personengruppen verfolgt werden, ein Riesenproblem darstellt. Aber das erleben wir halt auch leider, wenn Menschen was erforscht haben, dann wollen viele es einfach veröffentlichen und dann machen sie das halt an Stellen, wo es keine Ethikkomitees gibt. Oder sie verkaufen es dann eben dann doch direkt an irgendwelche Leute, die es einsetzen, ohne es zu publizieren. Also im Prinzip weiß man immer nur, dass es irgendwas gibt, wenn es halt bekannt wird, dass es es gibt, aber leider nicht, dass es irgendwas nicht gibt. Und es ist sehr viel möglich, weil wir haben gesagt, die Systeme können leicht ausgetrickst werden und umgekehrt sind sie halt extrem gut darin, große, riesengroße Datenmengen zu verarbeiten, um ziemlich gute Ergebnisse zu kriegen. Und das ist ja die zweite Seite der Medaille. Wenn das System relativ gut funktioniert, wenn es auf vielen Fällen ordentlich funktioniert, dann reicht das ja vielen schon. Dass es dann irgendwelche einzelnen Personen gibt, die sich darum rummogeln können, ist bei einer Massenüberwachung oder sowas ja Ärgernis, aber eben nicht das Grundproblem für die Menschen, die das Ding einsetzen. Vor allem ist ja der interessante Teil, dass Maschinen in diesen Datenpotenzial Muster erkennen können, die wir als Menschen nicht erkennen. Da fahren wir nochmal. Gibt es schon Trainingsansätze, das Adversarial Hacking als Gegenmaßnahme schon im Training einzubauen? So nach Motto, ich nehme das Hacking vorweg, was ich antizipiere und versuche, mich damit zu härten? Es gibt momentan zwei grundlegende Ansätze, wie Adversarial Attacks prinzipiell vermieden werden sollen. Der eine ist Brute Force, mehr Daten, mehr Winkel, weniger störungsresistent, ist echt nur so mäßig erfolgreich. Also eigentlich nicht. Der andere baut ein bisschen mehr auf die Ebene, dass man quasi direkt erwartet, was könnte auf mich zukommen. Bisher sind aber alle diese Ansätze dadurch gebrochen worden, dass man dem Attacker mehr Rechenpower zur Verfügung gestellt hat. Also bisher gibt es in die Richtung zwar Versuche, zu sagen, wir wollen eben nicht mehr solche Muster quasi bereitstellen, die der Angreifer oder die Angreiferin nutzen kann. Aber Rechenpower löst das Problem für den Angriff bisher, nach meinem Wissensstand. Die Grundannahme der Forschung ist aber, je robuster wir die Systeme machen, desto gegen zufällige Störungen, zum Beispiel, also Bildrauschen oder all das, was eben so schon stört, schlechte Perspektive oder was weiß ich, desto besser machen wir sie gleichzeitig auch gegen aktive Angriffe. Das ist so die Überzeugung, aber beides zu reparieren ist halt nicht einfach, zum Glück vielleicht. Was da interessant werden könnte, sind tatsächlich die, was wir vorhin an, diese 3D gedruckten Modelle, die tatsächlich ja zum ersten Mal die in Anführungszeichen reale Welt manipulieren und nicht mehr nur den digitalen Input, weil man da eher versuchen kann, das schon zu erkennen, ist das ein Objekt, was in irgendeiner Form manipuliert wurde, aber bisher, soweit ich weiß, keine Erfolge. Also das war mal eine Diskussion, ob das eher möglich ist, als bei 2D-Bildern, wo man eben diesen Ansatz gefahren hat von, wir geben dir schon Eingabedaten, die solche Muster drauf haben und hoffen, dass du dann lernst, dagegen anzukommen. Aber auch das, wie gesagt, sehr unerfolgreich. Allerdings ist dieses ganze Gebiet, also dieser Begriff, das Adversarial Text, glaube ich 2014 aufgekommen, dieser stabilere Angriff 2017, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir sind in Sachen Forschung und Publikation von Forschungsergebnissen noch relativ in der frühen Phase an der Stelle. Also es kann gut sein, dass in ein paar Jahren die Situation schon sehr anders aussieht. Wer sind denn die Hauptspieler bei Bilderkennung und Spracherkennung? Sind es die üblichen Verdächtigen, also Google und Facebook oder gibt es auch noch andere große Interessensgruppen? Ich würde mal behaupten, die üblichen Verdächtigen, Google, Facebook und die Governments und Security Agencies. Das ist so momentan quasi die größte Gefahr, die gerade bei Bilderkennung gesehen wird. Nicht nur, also nicht hauptsächlich, aber auch in Deutschland, gerade aber in Ländern wie China, auch im Nahen Osten. Es gibt da diverse Firmen, die sich da sehr speziell drauf versteifen, fragwürdige Modelle zu entwickeln und die an, was heißt in Governments of Deutsch? Ich komme gerade nicht drauf. Regierung. Danke. An Regierungen und ähnliche Einrichtungen zu verkaufen oder gerade eben auch an Geheimdienste. Das sind definitiv Stellen, über die wir uns Sorgen machen müssen. Bei den großen Playern noch Microsoft dazu nehmen. Ja, auf jeden Fall und natürlich noch ein paar andere. Grundsätzlich aber auch, je mehr diese Technologie so verbreitet ist, dass sie online verwendbar ist, also gerade die Bilderkennung macht ja riesige Fortschritte auch in den Sachen, die man quasi frei verwenden kann, desto eher werden uns auch die kleineren Organisationseinheiten in Zukunft interessieren, würde ich sagen. Gibt es Forschungsansätze, diese Gegenangriffe, gegen KIs, gegen das ultimative neuronale Netz, den Menschen einzusetzen und zu sagen, ich generiere etwas, das für einen Menschen gesehen wird, als etwas, was es objektiv nicht ist, also sprich optische Fälschungen oder so was? Lustigerweise ja. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen einen interessanten Artikel gelesen, in dem ein Paper claimed, dass sie eine Katze haben, die von Mensch und Maschine als Hund erkannt wird oder andersrum. Was ich noch nicht ganz begriffen habe, ist, bei dem speziellen Ansatz, wieso das dann noch eine Katze ist, weil das Bild ist ja manipuliert worden. Da kommt so ein bisschen die Frage ins Spiel, was ist denn dann noch objektiv, was ist es nicht? Wer entscheidet denn dann, was es wirklich ist, wenn die Menschen schon sagen, es ist das eine? Wenn die Menschen und die Maschine sagt, es ist A, wer entscheidet, dass es in Wirklichkeit B ist? Was ist noch die Wirklichkeit, wenn ich Bilder, Video, Ton, alles individuell und quasi beliebig verändern kann und meine Medien eben alle digital stattfinden? Also das ist, glaube ich, eine interessante Frage. Bei physischen Objekten, die ich in die Hand nehmen kann oder direkt angucken kann, ist es natürlich so, so wahnsinnig viel schwieriger, dass es kaum möglich ist, wie gesagt, wenn man ein Bild anguckt als Mensch, das manipuliert wurde. Ja klar, je nachdem, wie viel Photoshop da drauf ist, sozusagen erkenne ich halt nicht mehr, was ursprünglich drauf war. Gut, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die vielen Fragen. Wenn es noch weitere Fragen gibt, wendet euch bitte an uns. Wir sind noch bis morgen Nachmittag hier und wie gesagt, gerne über Twitter erreichbar. Und wie gesagt, dann euch noch einen schönen Abend und Dankeschön. auch mit Ihnen. Vielen Dank.